Teil 2 – Kunststoffe Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Lehrfilms Verformungsverhalten von Metallen und Kunststoffen. Nun geht es darum, die Kunststoffe genauer zu betrachten und herauszufinden, ob, wie und warum sie sich in ihrer Form ändern lassen. Was sind Kunststoffe? Kunststoffe, auch Polymere genannt, sind Nichtmetalle organischer Elemente. Sie bestehen aus Makromolekülen, die überwiegend aus Kohlenstoff und Wasserstoff, den sogenannten Kohlenwasserstoffketten, aufgebaut sind und werden zu 98% aus Erdgas und zu je 1% aus tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen hergestellt. Die chemische Strukturformel von Polymeren kann wie folgt aussehen. Polystyrol, auch als Schaumstoff oder Styropor bekannt. Polypropylen, könnte beispielsweise ein Messwäscher sein. Oder Polyvinylchlorid, woraus beispielsweise Kabelumantelungen bestehen. Genaueres zum Aufbau der Polymere könnt ihr in den Filmen zu Kunststoffen erfahren. Einordnung der Kunststoffe Kunststoffe werden in Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere eingeteilt. Jeder dieser Kunststoffe hat einen eigenen inneren Aufbau, der die typischen technischen Eigenschaften von Polymeren wie die Formbarkeit, Elastizität, Härte, Bruchfestigkeit, Wärmebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit und chemische Beständigkeit beeinflusst. Wie gut lassen sich Kunststoffe verformen? Um zu verstehen, wie sich Kunststoffe dauerhaft verformen, müssen wir uns Gedanken über deren Aufbau machen. Polymere bestehen wie gesagt hauptsächlich aus Makromolekülen, den Kohlenwasserstoffketten, also einen Aufbau immer wiederkehrender Grundeinheiten aus hauptsächlich Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Die Verknüpfung der Kohlenwasserstoffketten untereinander ist jedoch für jede Polymergruppe unterschiedlich. Je nachdem, ob es sich um Duroplaste, Thermoplaste oder Elastomere handelt, treten verschiedene Verformungsverhalten auf. Was sind Thermoplaste? Ein Thermoplast hat die Eigenschaft, dass dieser bei einer bestimmten Temperatur durch Krafteinwirkung vor allen Dingen plastisch verformbar ist. Beispiele thermoplastischer Polymere sind PET-Flaschen, Polyethylen-Plastikbeutel, ABS-Lego-Bausteine und Polyamidfasern. Thermoplaste bestehen aus langen Aneinanderreihungen von Monomeren, den einzelnen Kohlenwasserstoffgruppen. Da ein Monomer nur zwei funktionelle Gruppen hat, lässt sich auch nur eine lange Gruppe, also eine Art Kette, über die CC-Verbindungen bilden. Innerhalb dieser Ketten sind die Atome fest durch die Atombindung der Kohlenstoffe gebunden. Die Ketten untereinander sind jedoch nur schwach über Wasserstoffbrückenbindungen der jeweiligen funktionellen Gruppe, meist der Wasserstoffatome, gebunden. Diese Ketten bilden ein Knäuel, das sich sowohl durch geordnete kristalline und ungeordnete amorphe Bereiche auszeichnet. Je mehr kristalline Bereiche, also geordnete Kettenverläufe ein Thermoplast besitzt, desto härter und spröder ist er. Die Ketten sind untereinander leicht beweglich. Je höher die Temperatur ist, desto leichter können sie gegeneinander verschoben werden. Die Kettenverbindung ist demnach maßgeblich für die Elastizität und Formbarkeit verantwortlich. Um ein besseres Verständnis für das elastische und auch plastische Verformungsverhalten zu bekommen, betrachten wir zunächst einmal die Änderung der Erscheinungsform thermoplastischer Kunststoffe. 1. Bei Raumtemperatur ist ein Thermoplast ein fester, jedoch kein starrer Stoff. Manche Thermoplaste lassen sich auch in festem Aggregatzustand in ihrer Form verändern. 2. Bei Wärmezufuhr kommen wir bis in den thermoelastischen Bereich. Nun lässt sich der Kunststoff elastisch verformen und findet nach Entlastung in seine Ursprungsform zurück. Verantwortlich für die elastische Verformung ist die Entropieelastizität der langkettigen Anteile der inneren Struktur. Auf diesen Mechanismus gehen wir später bei den Elastomeren genauer ein. 3. Bei weiterer Wärmezufuhr kommen wir in den thermoplastischen Bereich. Der Kunststoff kann nun plastisch, also dauerhaft verformt werden und wird nach Abkühlung wieder in eine feste, aber neue Form überführt. 4. Wird auch dieser Temperaturbereich überschritten, schmilzt der Kunststoff und zersetzt sich in seine Grundbestandteile. Was sind Duroplaste? Aufgrund ihrer Eigenschaft, sich auch bei Wärmeeinbringungen nicht zu verformen, sind Anwendungsbeispiele von duroplastischen Polymeren, Feuerwehrhelme, Pfannenelemente, Steckdosen oder PC-Gehäuse. Im Gegensatz zu den Thermoplasten sind Duroplaste sehr steif, nicht schmelzbar, chemisch beständig und dadurch nicht durch Säure auflösbar. Durch ihre Sprühlichkeit gibt es nur zwei Fälle, die bei Krafteinwirkung auftreten können. Sie halten der Last stand oder es kommt zu einem Bruch. Grund dafür ist ihr innerer Aufbau, also die Anordnung der Monomere. Sie sind beim Duroplast sehr engmaschig, dreidimensional miteinander über eine Vielzahl Kohlenstoff-Kohlenstoff-Knotenpunkte verknüpft und bilden eine Art Netz. Jedes Monomer hat zwei bis drei Bindungen zu anderen Monomeren. Weil die Kohlenwasserstoffketten nicht gegeneinander abgleiten können, entsteht ein sehr starres Gerüst, welches für die Härte verantwortlich ist. Dadurch sind Duroplaste weder plastisch verformbar noch einschmelzbar und somit auch nicht recycelbar. Was sind Elastomere? Elastomere sind Kunststoffe, die elastisch verformbar sind. Praktische Beispiele für Elastomere sind Luftballons, Schwämme, Autoreifen oder Dichtungsringe. Elastomere sind nicht schmelzbar und lassen sich auch nicht in Säure auflösen. Sie haben eine hohe Elastizität, doch verlieren ihre Eigenschaft bei niedrigen Temperaturen. Dann werden sie spröde und können brechen. Ihre Eigenschaften gehen auf ihre weitmaschige, dreidimensionale Kettenverbindung zurück. Wie bei den Thermoplasten bilden die Monomere längere Kettenverbindungen. Zusätzlich treten dreidimensionale Verbindungen auf. Während Duroplaste engmaschig verknüpft sind, besitzen Elastomere über wenige Kohlenstoff-Kohlenstoff-Knotenpunkte weitmaschige Verknüpfungen. Dadurch entsteht zwischen den einzelnen Ketten mehr Platz. Verantwortlich für die elastische Verformung der Elastomere ist die Entropieelastizität. Die Entropie ist der Unordnungszustand der Struktur. Je größer die Unordnung in einer Struktur ist, desto größer ist ihre Entropie. Bei einer elastischen Verformung werden die Kohlenwasserstoffketten auseinandergezogen und somit aneinander ausgerichtet. Das führt zu einer Erhöhung der Ordnung der Struktur. Da aber jedes geschlossene System immer den größtmöglichen Unordnungszustand annehmen möchte, formt sich ein Elastomer nach Wegnahme der äußeren Kraft in seinen Ausgangszustand zurück. Da diese Entropieelastizität nicht so einfach zu verstehen ist, schauen wir uns diese noch einmal an. Wird eine Zugkraft auf ein Elastomer ausgeübt, reißt es nicht, sondern verformt sich und ändert dabei nur die innere strukturelle Anordnung. Diese wird dabei durch die parallele Ausrichtung der Kohlenwasserstoffketten geordnet. Die innere Struktur ist aber bestrebt, jeweils den günstigsten energetischen Zustand anzunehmen. Dabei hat die höchste Unordnung vergleichbar mit einer Art Knäuel der Kohlenwasserstoffketten den kleinsten Energiegehalt und damit den günstigsten energetischen Zustand. Wird die Krafteinwirkung wieder weggenommen, verformt sich das Elastomer ohne Druck oder Zugkräfte zurück. Ein verformtes und somit geordnetes Elastomer möchte also zu jeder Zeit wieder zurück in seinen ungeordneten Ausgangszustand zurückkehren, da es bestrebt ist, seinen energetisch günstigsten Zustand zu erreichen. Zusammenfassung Die Verformung von Polymeren ist stark abhängig von ihrer inneren Struktur und der äußeren Temperatur. Die elastische Verformung beruht auf der Entropieelastizität, während die plastische Verformung auf der Möglichkeit des Abgleitens ganzer Kohlenwasserstoffketten beruht. Handelt es sich um ein Thermoplast, so sind lange, nicht verknüpfte Kettenverbindungen für die Formbarkeit verantwortlich. Je nach Höhe der Temperatureinwirkung ist ein Thermoplast elastisch oder plastisch verformbar. Bei der plastischen Verformung bleiben die CC-Verbindungen erhalten und die gesamten Kohlenwasserstoffketten gleiten gegeneinander ab. Thermoplaste lassen sich somit aufschmelzen, sodass sie beim Erstarren eine neue Form annehmen können. Besitzt das Polymer einen duroplastischen Aufbau, so ist es hitzebeständig. Aufgrund ihrer sehr engmaschigen dreidimensionalen CC-Verknüpfungen können die Kohlenwasserstoffketten nicht gegeneinander abgleiten. Das starre Gerüst, das dabei entsteht, verleiht dem duroplast eine hohe Härte und chemische Beständigkeit. Allerdings kann es nicht aufgeschmolzen werden. Elastomere sind in ihren Verformungsverhalten von ihren langen, weitmaschigen dreidimensionalen Kettenverbindungen bestimmt. Sie lassen sich daher sehr gut elastisch verformen, aber werden bei niedrigen Temperaturen spröde und brüchig. Die elastische Verformung beruht dabei auf der Entropieelastizität. Dem Bestreben immer einen größtmöglichen Unordnungszustand, also eine größtmögliche Entropie der Kohlenwasserstoffketten zu erreichen. Bei elastischer Verformung ordnen sich diese und gehen bei Kraftwegnahme sofort wieder in ihren ungeordneten Ausgangszustand zurück. Im Gegensatz zu den in der Regel ungeordneten Kohlenwasserstoffketten der Kunststoffe besitzen Metalle ein regelmäßiges Atomgitter, das für die hohe Festigkeit verantwortlich ist. Bei der reversiblen elastischen Verformung wird das Metall bis unterhalb der Streckgrenze verformt und bei der Wegnahme der Kraft über die eigene innere Rückstellkraft selbstständig in seinen Ausgangszustand zurückversetzt. Dieser Mechanismus ist abhängig von der Höhe der Bindungsenergie im Atomgitter. Metalle können durch größere Krafteinwirkung plastisch, also dauerhaft durch Versetzungsgleiten verformt werden. Hierbei beeinflussen Gitterfehler das Maß dieser Verformung. Im ersten Teil dieses Lehrfilms wird genauer darauf eingegangen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.